Hi Freunde, willkommen zurück zu Neverwinter. Das hätte ich fast wieder Firefall gesagt. Ja, so ist das nun mal. Wir werden heut ne PvP-Runde spielen. Mal sehen, wie wir gegen andere Hexenmeister abkacken werden. Ein Lach in der Shell. So, gehen wir da ein. Ähm, ja. Ach, das ist wieder der Frutzi. So, zu denen wollten wir. Zwei Gold für... was sollten... ...einen Heilerlehrling wäre doch nicht schlecht. Er schafft eine Explosion aus strahlendem Licht. Die Feinde in der Nähe verbrennt euch und eure Verbündeten heilt und Gegner wegschlöst. Plus 3% bis 18% der maximale TP des Rufers als Heilung über 10 Sekunden. Plus 50% Schaden durch so eine Explosion. Hm. Hm, hm, hm. Hm. So, theoretisch können wir irgendwann auch mal einen Kosch loskriegen. Also... Warten wir halt ab. ... ... Kann man das Ding nicht angucken? Nö. Engel des Schutzes. Hm, hm, hm. Dieb der Wehrratten. Das war aber schon cool. Geht schon los? Nö. Wieso leuchtet das Ding da immer? Ach, da gibt's doch was. Ich sehe, dass eure Taten hohe Wellen geschlagen haben. Killerzwerg. Zuerst habt ihr Kontakt mit dem jenseitigen Wesen von unvorstellbarer Macht aufgenommen und dann... Nun, was dann? Ihr seid euch nicht sicher, oder? Euch wurde bloß ein Vorgeschmack der Arcanenstärke dieses mysteriösen und dunklen Meisters gewährt. Doch ihr wisst weder, was ihr damit anfangen sollt, wo diese Macht herkommt, noch kennt ihr Preis, den ihr im Gegenzug bezahlen müsst. Noch kennt ihr DEN Preis, den ihr im Gegenzug bezahlen müsst. Trefft mich in Protektors... Ah, was hab ich jetzt klar verwolle? Enclave. So. Wenn ihr verstehen wollt, in was für Umstände ihr euch gebracht habt. Und auch, um zu verstehen, was es wirklich bedeutet, ein Hexmoester zu sein. Ihr werdet mich bestimmt ausführlich machen können. Ja, ich wartet aber doch schon bei dir, Koralissa. Du bist die scharfe Mischwanz. Hört sich grad irgendwie nach Transe an, aber... egal. Seid gegrüßt, Killerzwerg! Ihr habt jetzt das Berufssystem im Spiel kennengelernt. Und daher solltet ihr auch wissen, dass dieses System auch über den Web-Proser im Neverwinter-Portal erreicht werden kann. Ja, ich weiß es. Hier, gateway.leplayneverwinter.com. Ich hab ein Tutorial gemacht dazu. Das glaubt ihr nicht? Dann guckt in mein... in meinen Account rein. Ihr... 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 keine Ahnung... Kryptik Studios. So. Okay. Tschüss. So. Und nun... Wartele, stehen wir noch. Ich will den Bär. Ich will den Bär. Ach, jetzt geht's. Okay. Ah, Shift-1. Ah, nein, wir warten jetzt. Wir gehen jetzt nicht raus. Sonst... Platz bestimmt eh nicht. Geht da was? Nö. Gehen wir eben doch raus. Wir wünscht meine Hilfe. Ach, jetzt ist voll. Jetzt, wo ich rausgegangen bin. Na, super. Ah, klappt doch noch. Gut. Du hast ihn gehabt. So. Immer raucht und bebt das Gestein des Mount Hottenhof. Ja, Hottenhof. Haha. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle sterben werden. Oder auch nicht. Schon wieder. Ach so. Ach so. Wir müssen ja warten. Haha. Hey, Brilli. Wie geht's denn so? Allan... Allanairo. Und... Heiden. Und... Muschu. Hi, Muschi, Muschu. Muschu, Muschi. Na komm, lass mich durch. Oh, keiner. Doch. Doch, doch, doch. Da kommt einer. Hey, Fuzzis. Wieso nimmt der nur so wenig Schaden? Hey, was soll denn das jetzt? Schnell weg, schnell weg. Können wir den da? Haha. Habe ich dich? Habe ich dich? Ich glaube schon. So, 4 drücken. Geh nicht. Wo ist da jetzt hin? Ach, da. Ist da jetzt auch kurz? Nö. Noch nicht. Da. 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 Oh, oh. Er greift uns an. Und er? Der ist... Da. Doch einer. Ja, komm her! Komm! Nehm den Kampfen mit mir auf! Ja, ha, ha! Oh, tot! Tja. Shit happens! Komm jetzt da hoch? Nö. Komm her, komm her! Nehm nicht! Ja, ha! Da. 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 Und ab da hoch. Kommt mir jemand hinterher? Ja. Soll mir egal sein. Obwohl da oben sind genug, ich verteidige ihn. Hey du Putsi! Ach du bist doch eine Sau! Verpiss dich, du Sau! Dumm! Ach du schon wieder! Komm her! Mann, ich hasse diese scheiß Schurken da immer. Vielleicht mit 19 erst mal wieder machen. Dann haben wir auch bessere Attacken. Die werden sowieso gewinnen, also... Steht da einer? Nö. Ich glaube aber trotzdem da rüber. Hm. Pech gehabt. Ist da gerade einer hochgerannt? Nö. Ach, killt ihn doch einfach. Der ist gerade an euch vorbeigerannt. Ich will jetzt mal gern wissen, wie so mein E-Lieb funktioniert. Ich weiß, ich habe den Falschen angegriffen. Kurz warten, bis sie alle vorbei sind. So. Und Angriff. Wir bumsen sie weg. Und die Fuzzis hören mir schon wieder alle beim Lärm und so. Willkommen bei Killerzwerg. Im TS. Im Let's Play meinte ich. Willkommen, falls mich keiner hört. Schmeiß nicht. Ausscheinbar nicht. Oder sie haben mich alle stummgeschaltet. Ich machs bald mal blau. Ach, da unten noch nach weinen. Ja, ich verziehe mich mal. Ach, ich will auch den Schusszauber da. Oh, Mann, oh. Langweilig. Ich habe... Äh, wo bin ich denn hin? Ach so, ja, 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 ja. Oh, 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 was ist denn das jetzt? Komm, denn ich will denn da killen. Ja, kill ihn. Gut. Haha. Schnell weg. Und schnell verstecken. Na, ja. Ach, was, was mache ich denn? Ach, da ist eine Haltung. Hey, ihr Fuzzis, ich kill euch. Oder ihr mich. Die anderen haben irgendwie Schiss anzugreifen. Immer muss ich angreifen. Also. Oh, da oben ist einer. Ah, du, ich komme auch so, okay. Wieso geht das eh nie? Das nervt. Komm, mach den Blatt, mach den Blatt, mach den Blatt. Ah, komm, wieso bleibt ihr stehen, ihr Idioten, hey. Mann, Mann, Mann. Ich spiel mit lauter Noobs. Naja, was soll es? Und, wie sieht es aus? Ach komm, fiss dich du. Sau. Ja komm. Und wieder tot. Ich muss mal schneller Umschalt 2 drücken, dann bin ich auch schneller wieder am Leben. Aber theoretisch ist es jetzt eh egal. Weil Kaloren haben wir eh schon, also... Pech gehabt. Hm. Ich kill dich, du Sau! Was willst du von mir? Piss! Was ist denn? Ja, 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 ja. Komm, umschalt 2, die Hand drückt ihn 3 oder 10... ... oder 4 oder 5 oder... ... oder 20.000 Mal gedrückt, oder nix geht. Hm. Wiederangriffen... ... und wiederverlosen... Entschuldigung! Keiner da? Sind alle da oben? Oder auch nicht? Ja, macht den Platz gut so! Komm, komm, komm! Wiederbeleben! Und los, gib Gas, gib Gas! Ja! Ah, renner! Ach, da steht auch einer! Ach, jetzt nicht mehr! So! So! Wettkampf vorbei! Ich bin... Vorletcher! Tötungen eine! Tode elf! Assis vier! Sie in Ruhe? Ja, ja, ja! Na ja, dann bin wohl ich der große Noob! So, Freunde, das war eine Runde! PvP! PvP verlosen! Ja! Ich wünsche euch einen... schönen Tag! Und... Wir sehen uns morgen wieder! Tschüss!